Mein Name ist Wolfgang Beck, ich lebe in Magdeburg und arbeite für die Landesregierung. Ich kenne Martin Gröber seit vielen Jahren als engagierten Kämpfer für Arbeitnehmerrechte und tarifgerechte Bezahlung im Land Sachsen-Anhalt. Die wichtigen Gesetze in diesem Bereich werden aber auf Bundesebene gemacht. Daher ist es wichtig, dass Martin in den Bundestag kommt und dort seine Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt einbringt. Dafür unterstütze ich ihn.